Wo Uli jetzt gerade gesagt hat, Merkel, Gauck, am 3.10. sind beide in Hannover zum Weltfriedenstag oder Weltwahrheits... Tag der deutschen Wahrheit. Genau, nicht Tag der deutschen Einheit, sondern Tag der deutlichen Wahrheit. Und wir planen gerade mit mehreren Mahnwachen in Hannover, dann am 3.10. eine große Mahnwache zu machen. Und zwar an der Möglichkeit, so nah wie es geht, ans HCC ran, mit Hannover, mit Bremerhaven. Hamm wird kommen und wir sind mit einigen anderen Mahnwachen auch schon im Gespräch. Dass wir also da am 3.10. nur schon mal vielleicht gedanklich vormerken, dass wir dort dann auch friedlich demonstrieren werden. Und wir werden dort dann auch natürlich Gauck und Merkel die Hand bieten und anbieten, dass sie doch endlich mal zu uns in die Reihen überwechseln.